Hallo zusammen, ich bin Julian von der Maxure HG und stelle euch heute den Treppensteiger 105 vor. Wir haben bei diesem Gerät die grosse Schuhe verbaut, das ist ein Zubehör bei uns, passt auf alle Treppensteiger mit 150, 170 und 200 kg Tragkraft, könnt ihr bei uns im Onlineshop ein Zubehör zubestellen. Ihr habt den Bedienknopf ganz oben am Griff, um die Raupen zu starten, um die Natur zu starten, dann ist der Bügel abklappbar zum Platz sparen. Ihr habt den Geschwindigkeitsknopf mit zwei Stufen und den Richtungsänderungsknopf, den ihr auf- oder abfahren könnt. Die 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie ist auch verbaut, die lässt sich ganz normal über 200 Kilo steckt raus. Dann ist ein Bremssystem im A-Trieb der Raupen drin und die Schaufel lässt sich einklappen. Und zusätzlich habt ihr ein automatisches Stufenerkennungssystem für mehr Sicherheit. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch nicht. Vielen Dank.